Ein wunderschönen guten Morgen, es ist Donnerstag, der 2. September und wir strahlen hier gerade live aus unserem heutigen Webinar aus und wir sind bei unserem Eröffnungstraight. Ja und ich möchte heute den Eröffnungstraight an der Big Number auch in diesem Webinar live zeichnen. Insofern, es ist der 2. September 2021 und wir haben eine Box platziert an der Big Number. Wir haben 8.48 Uhr, die Falle hat jetzt zugeschnappt. Bei 15.792 gehen wir Short und bei 15.807 gehen wir Long. Der erste Trade heute Morgen ist Long. Das sehen wir hier. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist der Trade in den Gewinn gelaufen. Und jetzt wart ihr live dabei. Das hier vorne, ich habe das mal ein bisschen größer gemacht, war der erste Trade heute Morgen. Und wir sind Long gegangen und haben unseren Tech Profit rausgenommen. Ihr habt der Einladung, ihr seid der Einladung ja gefolgt, 99% Trefferquote und ich würde sagen 99,78% sogar Trefferquote bei diesem Ansatz. Das ist jetzt live und dieser Trade zählt für unser Gewinnspiel, denn wir haben ein Gewinnspiel. Wer tippt dann genau das Datum, wann ich in den tausendsten Handelstag, nicht tausendsten Trade, ich habe zigtausende von Trades gemacht im Box Trading, sondern den tausendsten Handelstag. Es gibt keinen Trader auf der Welt, den ich kenne, der tausend Handelstage jeden Tag aufzeichnet, also komplett transparent ist und zeigt, wie diese Strategie funktioniert. Ich verabschiede mich kurz bei den YouTubern und wir hören uns dann wieder am Montag. Video auch auf, also für unsere Clubmitglieder, die heute nicht dabei sein können. Ich habe das jetzt nochmal aufgezeichnet. Also wir versuchen den Hedge von Dienstag aufzulösen. So. interesse Boah. Boah. cio. Boah. Be between the two Trenge of Twelve Sus sweeter. Boah. 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 Boah.